auch immer auf das halte ich gestern auch zu genügend so geht doch ich bin grad zu blöd zu ich bin grad zu blöd für diesen fucking Test da bin ich was gerade eine Millisekunde vielleicht zu spät dran hat du machst gerade alles durcheinander der Sprung und also ja genau und jetzt weißt du aber was mein Problem gestern mit dem scheiß Sprung war wo ich immer zugeflucht habe ja genau das ich musste wenden und dann habe ich den Sprung gemacht und dann hat es natürlich nicht gewertet ist klar so hier unten ist jetzt eigentlich alles clear ah ne da unten noch Blitzreise juhu boah fegt doch die Wand an das ist doch Straße nein komm schon komm schon jetzt hat mir der Millimeter gefehlt weil ich auf auch auf dem Bürgersteig langgefahren scheiße aufklärung hier oben jubi geil ja ich bin so neidisch man ja ich weiß soll ich schon hier bin gleich noch hier die Sehnsinnigkeit mitnehmen nicht so gut der Sprung ist auch fertig da ist der nächste nein nein ah ok wenigstens könnte ich deine Nähe jumpen jabb mh mann scheiß Gegenverkehr fick dich kickt mich der scheiß gegen der hat mich jetzt voll in das Wasser gekickt so ein Spastin und wieder ein weißer ich werde hier zum Akku Klaus da ist das Tempo des neun oder so weißt du hier ein Baby-Ding aber wenn du hier vom Verkehr rausgekickt wirst du hast du keine Chance mehr aufgeben geworden eh lächst mich auch im Arsch mit Platin ich gehe die ganze Zeit nur noch aufkleben, was er scheiß soll ja ich rüsse jetzt meine Karo um, weil ich habe gestern auch Farben gewonnen ich muss schon wieder auf den PC, bitte ich muss schon wieder auf den PC, bitte ja ich bin ein Man of Steel, weiß ich auch ähm ne nicht Reparatur, da muss ich Geld ausgeben wieso kann ich denn schon wieder keinen Wegpunkt setzen ja da geht's ne, ach irgendwie doch, dann machen wir es halt so aber ich kaufe mir grad noch ein paar Vorteilspunkten, aber diesmal für Hup-Credits ich will gleich hier wenn schon dann schon meine restlichen CCs ausgeben ich hab zwar alles was ich brauche aber äh warte, oh shit, das Ding, äh das wollte ich jetzt ja gar nicht annehmen NEIN BAM, Totalschaden, fuck wir kommen im Club, ne, also Solaris scheint mir da total Schaden zu gefallen ja, und wie so, ich mach jetzt erstmal das für die Reparatur komplett auf 10 ich hab 10 aber zu voll schaltet mobiler Mechaniker schaltet mobiler Mechaniker frei, der wär eigentlich für mich auch nicht verkehrt beim Platin ja, weh, ein Aufkleber krass so danke ähm ähm äh stimmt das jetzt? ja so, ich kann mir jetzt keine Vorteilspunkte mehr kaufen warum? weil ich grad alle Fugfälle dafür ausgegeben habe ich hab jetzt, äh, mir, äh, alles hochgemacht, was richtig war zum Beispiel das, was ich in PvP und PvE Missionen bekomme und lauter so ein Scheiß, oder so jo brauchst du auch so, aber, ja und ich bin jetzt aber trotzdem nochmal ganz kurz weg, weil ich muss auf WC jo, hach raus hey, mach ich bis gleich jo ähm, willst du ein Foto von oder eher nicht? what? ne, schon gut oh mein Gott boah, den hat er doch nicht kapiert 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 ow shit gott perhaps er guck da, 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 da ha a Ah. Nice, nice, nice. Okay. Ja, den auch noch. Okay. Hopp, hopp. Oh, jubi. Ne Farbe. Hopp, hopp, hopp. Hm hm hm. Hopp, hopp. Yup. Oh. Pfff. Ach ja. Klar. Was gibst du? Tütütütü. So, geht's weiter. Ich muss hier nämlich gucken. Wie gesagt, alle Tempo-Tests ab 100 sind für den Arsch. Wie schaffst du hier echt noch mit. Opsa. Oh Mann. So, noch 196.000 und dann hab ich auch das mit dem Portemonnaie da. Die Trophy. Ja. Uh, ich will jetzt genau auf 900 mitrennen. Der Witz ist, ich hätte die ja schon längst, wenn ich gestern nicht die Scheiße da gebaut hätte. Das bricht mich am meisten an. Ja, das glaube ich. Aber was würdest du nur empfehlen? Einfach nur den Lambo oder gleich den teuersten? Boah, das ist scheißschwer. Keine Ahnung. Also, ich finde ja gar nicht immer so, naja, in den Rennen, ne? Und so weiter. Ja. Also, wobei Lambo natürlich auch nicht unbedingt so toll ist. Aber, also, mir persönlich wäre ein Lambo lieber wie Bagani. Ja gut, ich habe ja jetzt beide schon hier Testfahrt gemacht und die sind ja beide nicht so prickelnd in der Kurve, ne? Ja. Oh Gott, nicht mal Bronze. Lalalalalal. Bei dem weiten Sprung? Nein, weiten Sprung habe ich sowieso vergessen, ich hoffe ich nicht. Sag ich ja, ich ja auch. Und das, obwohl ich jetzt hier schon meine Karte über 1000 habe. So, und nochmal. Und die nächste Platin. Tschüss, 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 tschüss. Bin ja mal gespannt, wie viel mehr Karte wird. Gold, Mann. Ich reiß, ich reiß, ich reiß, ich reiß mir hier grad den Arsch auf. Für wat? Taul. Für die, äh, für die scheiß Trophäe da mit dem Test. Haben wir gestern schon einige gemacht, obwohl ich so kaputt war. Aber dann habe ich mir immer so gesagt, ach, eine geht noch, eine geht noch, eine geht noch, da war sie nur. Ne. Der Ding ist, ich mache dir nur Spaß. Ja. Oh, ne, ist da komplett weg. So, jetzt aus, sowas im Platin. Lass mich. Geht noch. Das wird sowieso nur eine Bronze Trophäe sein, hier 100 Platin. Nein, total schade. Äh, ich glaube ja. Ja. Macht aber nichts. Einen Schritt näher an der Platin. Schon wieder total schaden. Fickt euch. Hä, wo ist das? Boah, ich hasse diese Temperatur, so viel Verkehr ist. Na, den allmählten Sprung, das können wir uns auch mal probieren. Na, probiert habe ich ja alle. Platin. Oh, in der letzten Sekunde. Bup, bup, bup. Ah, stimmt. Es wäre jetzt von Performance besser, aber... Oh, neues Platin-Teil. Geil. Aber ich probiere es auch noch so einen Scheißweiten. Ich sag von nicht mal den Ersten. Das ist ja der Witz. Oh Gott. Oh Gott. Nope. So, so nope. Hehehehe. Aber ich finde ja nicht mal. Ah, egal. Nächsten. Dann noch fix dahinter fahren. Okay, dafür brauche ich erstmal Gelände. Hehehehe. Oh süß, mit den 900. Oh, oh. Oh scheiß doch die Wanderer, warum ist der Geist zu schnell? Warum ist der Geist zu schnell? Was bist'n du jetzt, hä? Ich? Ja. Warum? Süß mit den 900. Oh, oh. ich glaube nicht ich bezahle dein gehalt hier so 903 soll ich wieder auf freien gehen hat lass mal ist das ein scheiß ideal im test so alle klar wir kommen auch den hatten verkackt den haben wir noch gar nicht gemacht warum nicht der wegpunkt alle klar diesen idealien test werde ich schon mal auslassen der ist sowas der ist eigentlich einfach aber ich komme nicht klar minus 30 ausstatten ganz klar ja ganz ehrlich wäre das möglich ich würde nicht wissen wollen wie scheiße meine karre ist weil ich immer zu auf ausstatten naja ich muss gar nicht mal so schlecht finden wenn sie wieder machen würden wenn wir von dem schutz hier was dich in dem fall betreffen würde abgesehen ist nämlich teils vorteil wenn ich jetzt genau weiß dass ich mit der karriere nicht mehr fahrt sondern mir dass ich will jetzt die 500.000 bachse zusammen habe mir die und die karri kauf könnte ich mir nämlich da die besten teile einbauen na ok das stimmt deswegen also ich würde es nicht so schlecht finden da sollen sie ja nur sicherheitsabfrage einbauen müssen wirklich einbauen oder so einen scheiß ok der ideale linien test ist auf den arsch ich bleibe bei tempo so einfach ja also wie gesagt mir fehlt nicht mehr viel so schätze ich denke ich komme ich mal was für ein sprung ja gelände machst du denn das also ok dann dann ist verständlich ja außerdem kriege ich keine so teile ich kriege die einzige teile die ich krieg sind plus 1 plus 2 plus 3 plus 1 na ich kann nicht verstehen mir geht es auch nicht ums so ich wechsele jetzt mal wieder ne hier so also platin was extrem schwer gestern war ich hatte dann noch hier ein paar hier scheiß Prozent es ist es wieder auf leberleih geschwindigkeits dinger gemacht ja und da war das problem in der nacht und bei nasser straße hattest du keine chance mit dem gegenverkehr du hast nicht gesehen gar nichts das war das was so anstrengend ich habe gestern bei manchen dingern habe ich bestimmt so locker mal zehn versuche gebraucht und das bei niedriger stufe ja aber dann habe ich auch nicht aufgegeben ich glaube das war auch so ein problem noch nicht so lange gedauert hat das war ich bin ich bin das ist weil es gibt Kohle. Ja, gut. Ein bisschen klein viel dazu noch, ja. Oh, ich glaube, der Test ist gar nicht mehr so einfach. So, wie der Goldgeist abgeht. Wenn du jetzt wieder einen Aufkleber kriegst, ja echt. Oh, Reifen diesmal. Toll. Immerhin. So. Platin in der letzten Sekunde. Bam. Sehr schön. Ja, ich habe in den letzten drei Sekunden habe ich jetzt nicht eingeschaltet. Und im Platinteil. Plus 7. 1101. Juhu. Aber ich gehe, wenn ich das jetzt machen will, dann muss ich ja einfach nur zu so ein Renntypine. Und, ähm, kann mir dann dieses, was ich freigeschalten habe, kann ich ja gleich einbauen, ne? Du könntest, kannst du auch am Hauptgadier machen. Ey, das habe ich noch gar nicht gesehen. DG Trackstar Tuner. Ja, ich weiß, brauchst du ein Run. Ach so. Schade. Gleich wie die Mopeds. Sonst wäre ich hier schon längst mit dem Motorräder unterwegs, könnte ich auch wetten. Wo ist denn der? Ach da, Leute. Warte, habe ich das noch im Kopf? Als funktionierter, funktionierter Zocker, Biker, Daddy? Ja. Ja. Ja, ne? War so. Ja. Kawasaki, for the win. Ah, hier, visuell. Ja, jetzt, mal gucken. Ich habe hier so eine Spezialfarbe freigesprochen. Leck mich am Arsch, ich habe Metallic, äh, 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 nicht Pink, sondern Metallic Lieder. Und der Witz ist, sieht sogar einigermaßen gut aus, ne? Schwul. Ich sagte einigermaßen gut. Hehehe. So, Aufkleber. Ähm, Binnen, Schäbel, Teufel. Ach, geht doch. Leck, Romeo. Oh, sieht das, äh, sieht Assassin's Creed geil aus. Äh, habe ich jetzt vorher auch gekriegt, beim vorletzten Sprung von mir. Ich habe ja gestern auch Felgen bekommen, wir gucken, wo die sind. Unter Felgen. Ich potte mich mal gleich, äh, 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 äh. Blöd, Mann. Ich weiß so nicht, welch, ich weiß so nicht, welche, ich habe so viele Felgen, ja. So. Ich vorte mich gleich mal zu dir, dann siehste mal, das ist das und greeting. Das sieht ja mal so bombo aus. Ach komm, Reparatur, ja, die tausend Bucks habe ich auch noch. So, wo haben wir denn den DJ? Bei Amarillo. Ach da. Glitzhäuser. Na komm, wird schneller. Ach, du bist schon wieder losgefahren. Ne, vorgeblitzt reißt. Ich will jetzt zum Sprung. Oh, wieder umswitchen. Jetzt kannst du nachher kommen, wenn du willst. Ah, da bist du ja. Ja, guck dir mal an, wie das aussieht mit dem Assassin's Creed. Ja, ey. Ich finde das richtig nice. Sieht das geil aus? Und goldene Pornofelgen, oh man. Hol dir ein Mercedes, da passt es wenigstens zu.